Holz mitnehmen Muni mitnehmen Hier war noch was Ich konnte gerade auch mal E drücken Ah, ok Hier war ne Mutter Mutti dürfen wir nie vergessen Mutti ist schon krass Konnte ich hier gerade was lesen? Hier konnte ich gerade irgendwie E drücken, oder? Interagieren, irgendwie Ne, das aussieht doch nicht Okay, dann nicht Würdest du mitnehmen? Auf jeden Fall Falls wir neues Upgrade kaufen wollen Sonst ist hier nichts mehr, ok Das nehme ich mit Hier konnte ich irgendwas machen, lesen Karte aktualisiert Münzversteck Ist es hier? Ja, irgendwo da hinten Hä Habe ich jetzt Münzen bekommen? Hier ist auch noch was Achso, ne, ok Ähm Kann ich hier noch lang? Oh Habt ihr nicht gesehen? Vergesst das Ganz schnell wieder Ihr habt nicht gesehen, dass ich gerade gefällt habe Und diesen Weg nicht gesehen habe, ok? Habt ihr nicht gesehen? Nein, habt ihr nicht Einfach Nein Oh Mann, ey Wie konnte ich das übersehen? Ein goldenes Schwertheft Verziert mit Juwelen Gehörte einem byzantinischen Adeligen Nett Hm, die Klinge ist in der Nähe des Griffes abgebrochen Ist das im Kampf passiert? Das könnte Ja doch, das könnte sein Irgendwie ging ein mit einer Rüstung oder so Kämpft und dann auf einmal Jo Okay Jump'n'Run Meister on the way Hui Rucksack Nice Geheimnis entdeckt Okay Ja, wenn das auf dem Weg liegt, werde ich es schon finden Wenn nicht, dann ist es halt so Vorratsschuppenartikel erhältlich Suchen Sie den Schuppen auf Nice, wo ist er? Ich will ihn haben Wow Hier oben? Ne Aber hier ist auch was Natürlich alles mitnehmen Alles mitnehmen, Leute Alles mitnehmen An alle, die diese Nachrichten hatten Ich wäre bald tot sein Und damit auch alles wissen über diesen Ort Eine Flucht war nie möglich Wir stiegen für unsere lange Reise in den Zug Und mussten feststellen Dass nur wenige Kilometer vom Berg entfernt Die Schienen, die wir auf Kosten so vieler Tote verlegt hatten Verspunden waren Seit Monaten haben die Einheimischen die Schienen vorsichtig abgebaut Und diesen Ort in Vorbereitung ihrer Angriffe isoliert Wie ihre kostbaren Ruinen Werde auch ich bald von Schnee begraben und vergessen sein Oh, der Typ tut mir ein bisschen leid, ne? Nein, eigentlich nicht Er hat die Leute gefoltert Der tut mir nicht leid Jakobs Vorfahren Wenn es die Vorfahren waren Och nee Wer kam denn nicht von mir? Ja Kann ich eigentlich auf die Füße ziehen? Da war doch gerade noch wer Okay Ausweichen Bam War's ein geiler Angriff Bam Uh Ist das geil Okay Okay, komm Nochmal Richtig ausweichen Falscher Knopf gedrückt Ich werde dich töten Wie habe ich denn Wie bin ich denn eben immer ausgewichen? Falscher Knopf War da zu früh, meine ich Hier, komm Okay, wir haben schon mal das kaputt gemacht Okay, komm her Wimper heilen Verbinden Verbinden Oh Gott Manchmal kann ich konter Manchmal nicht Aua Von da oben Ey Seine Ernte Ist nicht tot Ich habe keine Beine mehr Wie? Arsch Ähm War das schon immer da? Äh Eben noch nicht da, oder? Wir sind doch vielleicht Wir sind doch wieder an dem gleichen Ort, oder nicht? Aber hier ist eine Kiste Achso, das ist die Kiste Ah Die Kiste, die mir angezeigt wurde Reptiergewehrkomponente Alles klar Karte aktualisiert Schön Nettes Nettes Ding Nettes Achso Oh Gott Oh Gott Okay Okay Achso Okay Hoch Alles klar Wir gehen erst mal da lang Bringt uns viel Ja Also eigentlich gar nicht, aber Was ist das denn? Huh Ich dachte, sie kann da ranspringen Sie kann es nicht Okay Hier runter Hm Da oben sieht Es interessant aus Aber ich glaube, da ist nichts Was ist hier hinten denn? So, eine Kiste Sehr geil Schöne Sache So, wir können hier jetzt Okay, wir müssen das So machen Das ein bisschen weiter wegschieben Ich glaube, sogar ganz ans Ende Ja, ich schätze, ganz ans Ende Und Ja, sieht gut aus Ah, ich habe kein Oh Mann Beile herstellen Ja, ein Beile herstellen Reicht erst mal Zack Da ranbinden Genau Und jetzt Purbeln So Ähm Eigentlich nur, damit wir es schwingen können, oder? Muss ich es in die richtige Richtung schwingen Ich mache es erst mal so Wir können ja nochmal Ich will das Seil bitte kappen Ah, okay Nice Ne, okay Das hat nichts gebracht Man muss es, glaube ich, wieder zurück Schieben nach da hinten Beziehungsweise zurückziehen Ich bin mir da nicht sicher Aber ich denke schon Da würden wir irgendwas kaputt machen können halt Das ist nichts, okay Hä Okay, Moment Ah Okay Sehr geil Okay Lauf, Lera Lauf, Lera Lauf, Lera Oh Gott Nein Lauf, Lera Lauf weiter Oh Gott, oh Gott Okay Alter War nicht knapp Nein Nö Ach Wie komme ich drauf? Wie komme ich drauf? Alter Alter Und das Zum Schutze der Stadt und des Volkes Stellte der Prophet eine Armee von Kriegern auf Aber was ist hierauf zu sehen? Sie halten da nicht die göttliche Quelle Etwas anderes, etwas anderes, aber was? Alles klar Oh, wie geil Oh, wie geil Oh mein Gott Okay Coole Sache, Alter Yo Du hast Geilen Job gemacht, Mann Wow Was, ein cooler Bro Voller coole Dude Okay, gehen wir hin Ja Auf jeden, ey Auf jeden Hätte ich auch nicht erwartet Alter Sieht alles schon ziemlich geil aus, ne? Ähm Okay Huh Noch weiter? Ja, hier weiter Okay Alter Oh Gott Oh, wow Geothermales Tal Holy Wow Wow Einfach nur Wow Wow Ach, ich hab ein Thumbnail Holy Shit Alter Sieht das nicht geil aus? Ach du Kacke, Alter Das ist so cool Vor allem so grün Und so Weiß ich nicht So Nicht, nicht, nicht So wie da hinten mit dem Schneeberg Nicht so voll geschneit Etc Alles Sondern so Wow Einfach nur wow Hier passiert gleich was Bleib sofort stehen Ganz ruhig Ganz ruhig Du weißt Ich bin nicht von Trinity Warum sollten wir dir glauben Ich bin mit einem von euch geflohen Der Mann hieß Jacob Wo ist er jetzt? Wir waren zusammen Wurden aber in den Minen getrennt Sie hat ihn umgebracht Nein Nein, 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 nein Jacob würde niemals einer Fremden trauen Bitte Hör doch Ich bin nicht euer Feind Ich hab dich gewarnt Du hättest abhauen sollen Sophia Es reicht Er lebt Ich dachte du wärst tot Ich bin froh, dass sie es geschafft haben Vergeben sie Sophia Sie ist Vorsichtig An ihrer Stelle wäre ich genauso Was hast du herausgefunden? Trinity ist auf dem Vormarsch Wir müssen uns vorbereiten Sie? Sie ist deine Freundin Auf mein Wort Hier wird nichts geschehen Diese Ruinen Die verlorene Stadt Muss in der Nähe sein Los Uns bleibt nicht viel Zeit Waffenlager vorbereiten Sichert die Festungsmauern Jetzt Sie sind fast hier Und in der Überzahl Die Kinder und Alten Sind am meisten gefährdet Geht Und bringt sie in die Katakomben Macht die Feuer an Das Tal muss alarmiert werden Unglaublich Sophia Oh Und trifft mich dann oben im Dorf Geh nicht wieder weg Vater Es gibt viel zu tun Wenn wir nie mehr Zeit hätten Später Ich tu was ich kann Um zu helfen Gänsehaut pur Alter Holy shit Alter Butter Boah ist das Ach man Ist das cool Ist Das cool Uh Okay Ich will hier jetzt nichts weiter erkunden Ich muss Ich muss Die Aufnahmesession beenden Nachdem wir uns hingesetzt haben Oh Geil Alter Das muss man ihnen lassen Trinity ist auf dem Weg Sie könnten Hilfe gebrauchen Und dieser Atlas auf dem Wandbild Wenn er wirklich eine Karte der Ruinen ist Muss ich ihn vor Anna finden Wenn ich versage Waren alle diese Tode vergebens Das will ich nicht auf dem Gewissen haben Hä das habe ich doch eben auch schon geschafft Ja Das ist auch nett Das ist am geilsten eben Oh Okay wir nehmen das Eindeutig Und wir können Sachen upgraden Genau Okay Haltezeit Siehgeschwindigkeit Schaden Nehmen wir das Nehmen wir das Oh wir nehmen alles Dann können wir hier noch was upgraden Okay Munitionskapazität Äh wir gucken erstmal was wir hier upgraden können Können wir von hier Ja von der Waffe können wir was upgraden Nachlade Nachlade Oh ja Oh ja Gib mir diese Nachladegeschwindigkeit Oh Was machen wir das Dann machen wir Was machen wir das Keepkraft Oh nice Okay Dann hätten wir alles Leute Wir beenden hiermit diese Aufnahmesession Oh holy shit Ich hoffe es hat euch gefallen Wir sehen uns bei Das Nächste Mal wieder Haut Da rein Na Bis zum nächsten Mal